Ich habe mir was tolles zurück gekauft. Hier seht ihr eine CNC-Fräse. Die ist seit 2018 im Einsatz. Man sieht jetzt hier, was hat die drauf? 5600 Betriebsstunden. Also die Bedingungen, Alter, die geht gar nicht auf, sind sehr sehr rau gewesen. Man sieht, wie die Maschine aussieht. Und die Maschine ist seit 2018 fleißiger Begleiter bei dem Kunden gewesen und diese Maschine wurde abgelöst durch ein Bearbeitungszentrum. Das ist die Alu-Gießerei und hier wurden Alu-Teile wirklich in Schichtbetrieb, in Serienfertigung gefertigt und die Maschine hat echt was geleistet. Man sieht das hier. Ich packe die jetzt ein, mache die Transportsicherung drauf, bringe die wieder zurück. Die machen wir flott und aber ja, hier ist einiges noch zu tun. Man sieht, die Tiere sind total hin. Und ja, ich bin gespannt. Und das wird jetzt noch was. Demnächst gibt es mehr, wenn man die Maschine wieder flott macht. Bis dahin, tschau tschau.